Überleben in der Ära der Finsternis Nachtrag Mich haben in dem Video von gestern einige Leute gefragt, wie ich mir das Anderssein erklären würde. Das ist eine berechtigte und gute Frage. Ich habe dafür eine Antwort für mich, die spiritueller Natur ist. Und ähnlich dem ist, was Platon sagte. Platon berichtete von der Seelenheimat. Alle Seelen seien ursprünglich in verschiedenen göttlichen Heimaten gewesen. Daher erkläre sich, so sagt Platon, die verschiedene Natur der Seelen. Eine seien marsianisch, also eher kriegerisch, weil sie aus einer Welt des Mars kämen, aus einer göttlichen und so weiter. Und das erscheint mir als eine gute Parabel für das, was ich glaube. Ein religiöser christlicher Mensch, meine Teilen, könnte sagen, es gibt ja in der Bibel Hinweise darauf, dass einige von vornherein auserwählt sind, anders zu sein, gottnah. Das ist etwas, was vielen Christen gar nicht bewusst ist, in der Bibel aber mehr oder weniger deutlich gesagt wird. Die Kalvinisten haben das dann als in der sogenannten Prädestination aufgenommen. Man kann das nachlesen. Ich will hier jetzt keine Religionsgeschichte nennen. Also es ist durchaus auch mit einem christlichen Menschenbild vereinbart, dass es eine Vorauswahl gibt, die eigentlich feststeht. Das ist der Fluch der Handykamerei. Jedenfalls, das ist etwas, ich sehe das so, netto für brutto, ist etwas nuancierter, aber darauf läuft es bei mir. Aber ich kann euch auch Brücken bauen für den Materialismus. Also wenn wir sehen, wie sich genetische Auslese bildet, dann gibt es durchaus Ansätze dafür anzunehmen. Es gibt einfach Menschen zum Beispiel mit höherem IQ. Nun ist IQ nicht alles. Ich bin kein IQ-Fan. Ich bin kein Fan dieser Idee, alles geht nach IQ. Denn wir wissen umgekehrt, einige der führenden Nazis hatten hohe IQs. Die wurden nämlich getestet bei den Nürnberger Prozessen. Es muss also mehr sein. Aber trotzdem, selbst wenn man rein materialistisch argumentiert, Charaktereigenschaften sind dann nicht im Seelenhaften, sondern in den Genen zu suchen. Und dann kommt es aufs Gleiche hinaus. Es ist also etwas, was vorgegeben ist. Und das ist etwas, was dem modernen Zeitgeist gar nicht passt. Wir haben das bemerken können bei Star Wars. Das mag jetzt etwas abseitig klingen, aber genau dort. In dem ursprünglichen Star Wars ist, ob man mächtig ist, in der Macht nicht wählbar. Es ist gegeben. Man wird geboren mit der Fähigkeit, dass man in der Macht so und so stark ist, die so und so stark wahrzunehmen oder nicht. Man kann es nicht verändern. Das ist netto für brutto, was ich glaube. Ich glaube zwar, dass ein Mensch, nehmen wir Talent im Malen. Ich bin ohne Talent des Malens geboren und werde nie besonders gut malen können. Ich habe aber aus viel Arbeit etwas aus mir machen können, das mich zumindest befriedigt. Während ein Mensch wie Mozart mit Genen für Musik geboren ist. Natürlich, wenn Mozart nie Musik gemacht hätte, wäre das verkümmert. Ein anderer hätte ihm vielleicht nahe kommen können, wenn Mozart nie komponiert oder nicht viel komponiert hätte, sehr nachlässig mit sich gewesen wäre. Wobei das in der Regel auch schon deswegen selten ist, weil Leute, die mit einem bestimmten Naturell geboren sind, auch von sich aus ein starkes Interesse, eine große Neugier daran haben. Aber ein Mozart, der genetisch prädistikoniert war, Musik zu machen oder seelisch von Gott erwählt, welche Erklärung man nimmt, ist eigentlich für das Endergebnis gleich. Das ist das, was ich glaube. Und das ist eine, die in unserer modernen Welt eine für die meisten unerträgliche Vorstellung ist. Dass es eine Art Schicksal gibt, die den Menschen Seelen gegeben ist. Natürlich kann ein Mensch viel aus sich machen. Es ist also nicht sinnlos, an sich zu arbeiten. Selbst wenn man in etwas nicht besonders geeignet ist. Es wird sich immer ein Platz für auch diese Leute finden. Sonst würde ich ja die Willensfreiheit negieren. Das tue ich nicht. Ein anderer sagte, auch darauf möchte ich kurz eingehen, was ich nur höre, der Kapitalismus ist schuld. Natürlich nicht unser blinder kollektivistischer Staatsglaube, unsere selbstgewählte Unmündigkeit. Ich habe, glaube ich, in dem Text deutlich gesagt, dass viele Dinge schuld sind und auch dem kollektivistischen Glauben an Obrigkeiten und Unmündigkeiten deutlich genug in dem Text Kritik zugewendet. Aber ja, ich kritisiere den Kapitalismus. Ich kritisiere ihn schwer. Und damit meine ich nicht, dass ich für Sozialismus bin. Ich bin durchaus dafür, dass es richtig ist, dass Leute handeln, dass Leute ihre Waren oder ihre Arbeit verkaufen. Das ist für mich alles kein Problem. Also marktförmiges Handeln, da bin ich nicht prinzipiell dagegen. Es gibt aber Dinge, die sind nicht berechenbar in Marken. Das Grundproblem des Kapitalismus ist vielschichtig. Erstens mal, so wie er heute funktioniert, funktioniert er nur, weil den Menschen eingeredet wird, was sie brauchen. Und zweitens, indem es immer mehr Menschen werden. Das wird auch überall sichtbar, wo die Zahl der Menschen zurück. Wir haben überhaupt keine Form des Marktes oder des Handelns, die so mal auf irgendeine Art Bestand ausgerichtet wäre. Also darauf, dass es gleich viele Menschen bleiben und dass wir im Wesentlichen unsere Bedürfnisse erfüllen und nicht Bedürfnisse eingeredet bekommen. Das kann man alles schön finden. Ich habe auch, weiß ich nicht, hier oben, wenn ich raufgucke, ist meine, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Videospiel die war. Vor 20 Jahren, da war es ein Videospiel oder eine, war es im Anime, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Actionfigur. Ich sage das mal als ganz prägnantes Beispiel. Ein völlig überflüssiges Produkt. Gott allein weiß, wie viel Plastik, Energie und so weiter für solcher Firlefanz verbraucht wird. Ich bin da nicht dagegen. Man muss sich nur klar machen, auf dem größten Teil von Firlefanz basiert der Wohlstand, den wir haben. Wenn wir alle nur eine Art einfache Notwendigkeitsdasein im wirtschaftlichen Handeln haben würden, also so viel Kleidung, wie wir brauchen, Möbel, wie wir brauchen, so und vor allem nachhaltig, nicht Schrott, der nach zwei Jahren zerfällt. Das gesamte gegenwärtige Kapitalistensystem wäre sofort am Ende. Und ein System, das auf solchen Säulen steht, ist per se destruktiv. Da kann man mir sagen, was man will. Es ist einfach auf Sand gebaut oder auf der Katastrophe, die uns kommt. Ich habe am Schluss eines, ein Kapitel hinzugefügt gehabt. Das habe ich nicht gelesen. Es schien mir ein bisschen zu abseitig und der Schluss des vorigen erschien mir ein bisschen versöhnlich genug, um es damit bewenden zu lassen. Ich füge, es ist nur eine A4-Seite, ich muss gerade gucken, ja. Ich füge diese einen Nachkommentar als Kommentar diesem Video an, auch wenn es ein bisschen das Ganze noch wesentlich aussichtsloser erscheinen lässt, als der ohnehin schon Text. Aber der historischen Vollständigkeit halber. Ich überschrieb es mit, ich weiß gar nicht mehr warum, ehrlich gesagt, aktive Verteidigung. Vermutlich, weil ich den Text weiterschreiben wollte. Ich hatte ja vorhin in dem vorigen Text gesagt, Gozao, das sind die Fremden, die Fremdbestimmte, die Schafmenschen. Innaia, das sind die Meister, weil sie nach der innerlichen Stimme oder dem Inneren sich meistern, ihr Leben versuchen. Aktive Verteidigung. Eine der Grundsätze der Lebenswelt, der Gozao, der Schafsmenschen, ist Kontrolle. Da sie kein Vertrauen in eine innere oder höhere Instanz haben, keine Verbindung wahrnehmen, wie sie ein spirituell trainierter Mensch spürt, sind sie in ihren Köpfen eingesperrt und nicht in der Lage, die tieferen Muster der Realität zu erkennen. In diesem Unverständnis erscheint ihnen alles willkürlich, zufällig und chaotisch und damit erschreckend. Um dieser Urangst des Unverstehens und Unvertrauens zu begegnen, errichten sie immer komplexere Gebilde der Kontrolle und Sicherung. In dem Maße, in dem sie Vertrauen in ihr eigenes Inneres verlieren, müssen sie die daraus resultierende Angst mit Kontrolle durch Systeme kompensieren. Leider sind die meisten Gozao unduldsam gegenüber jenen, welche mit dem System äußerer Kontrolle nicht vereinbar sind. Den innen geleiteten Ennaya uns. Wir lauschen nach innen, ob wir dies höhere Selbst, Gott, Geist, Gewissen oder anders nennen. Wir folgen einem inneren Kompass. Selbst wenn wir das Göttliche als außerhalb betrachten, so ist doch unsere Verbindung dazu im Inneren. Das ist unsere Gemeinsamkeit, welche uns jenseits aller Systeme verbindet und zugleich von allen Gozao trennt. Sie verstehen uns nicht und wollen daher ihr System der äußeren Kontrolle auch auf uns übertragen, damit kein Teil der Welt frei und damit für sie bedrohlich ist. Sie werden mit allen in einer Gesellschaft legalen Mitteln versuchen, uns in ihr System der Kontrolle einzufügen. Im allgemeinen und oberflächlichen Regeln ist dies auch meist kein großes Problem. Ein spiritueller Mensch wird sich wegen seiner Spiritualität schon etliche als Verbrechen definierte Handlungen nicht begehen. Er wird aus ganz anderen Gründen bestimmte ethische Grundsätze einhalten. Aber es gibt einen Punkt, an dem die Gozao versuchen, uns ganz in ihr System einzubinden. Dies ist unausweichlich, weil unser Weg sie in Furcht versetzt und weil sie wirklich davon überzeugt sind, wir gingen einen Irrweg und man müsste uns helfen, indem wir würden wie sie. Es gibt nur wenig, was mich so tief von der Impertinenz und Degeneration des Lebenswegs der Gozao überzeugt hat, wie diese Einsicht. Die Mitfühlenden unter uns mögen dies leugnen, aber das Leben selbst lehrt uns dies, wenn wir sie mit offenen Augen ansehen. Sie versuchen auf unendlich viele Weisen in unser Leben einzugreifen und uns nach ihrem Ebenbild zu formen, uns zu heilen und zu retten. Da die meisten Gozao unserem Wissen mit dieser Meinung gegenüberstehen, ist der Versuch, sie aus ihrer materialistischen Ignoranz zu befreien, ebenso zwecklos, wie ich eingangs sagte, Da sie auch nicht davon ablassen können, ist ein einfacher Rückzug nur möglich, wenn wir eine klösterlich autarke Gesellschaft fänden, was den meisten aber nicht gegeben ist. Wir müssen eine aktive Verteidigung entwickeln, die Methoden studieren, mit denen uns die Gozao manipulieren und klein halten und versuchen, uns ihnen gleich zu machen. Wir müssen Netzwerke des Schutzes und der Unterminierung ihrer Angriffe aufbauen, mental und real, damit wir der starken Manipulation entkommen, welcher wir ausgesetzt werden. Die Methoden, die uns zu manipulieren, sind die gleichen, wie sie einander manipulieren. Aber dies ist ein vielfältiges, komplexes Thema. Studien der Soziologie, Geschichte und Psychologie mögen dazu hilfreich sein. Man lasse sich nicht täuschen. Es sind doch Gozao-Wissenschaften, erdacht aus ihrem Standpunkt des Materialismus und Nihilismus. Es gelingt ihnen nie, ihre Absicht aus ihren Thesen wirklich herauszuhalten, nennen ihre Wissenschaften aber frech, objektiv.